Ho, 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 fröhliche Weihnachten wünschen wir euch und zu diesem, naja, quasi Jahresabschluss möchten Alex und ich euch nochmal an Weihnachten quasi ein kleines Update geben, wie denn unsere Performance 2022 lief und was wir auch im nächsten Jahr dann alles erwarten. Ich werde mal einsteigen und zwar mit unserer Mastermind-Gruppe, der Performance dort, die Mastermind-Gruppe für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ja unsere, wir nennen sie liebevoll, betreute Händlergruppe, das heißt, da kommen lauter verrückte Optionshändler, also verrückt sind die natürlich nicht, sondern sehr, sehr gebildet und lernwillig, die kommen da alle zusammen und wir traden quasi zusammen, tauschen uns viel aus über Strategien, machen auch mal einen gemeinsamen, ja, man kann es schon fast sagen, Urlaub, nächstes Jahr geht es nach Madeira und natürlich geht es am Ende aber auch darum, mit dem Optionshandel Performance zu generieren und darüber möchte ich dieses, in diesem Video ein bisschen was erzählen. Ihr seht jetzt mal hier in dieser Grafik, das ist quasi unsere Auswertung aller realisierter Options-Trades, die wir im Jahr 2022 abgeschlossen haben und wir haben dieses Jahr einen neuen Rekord erzielt, das ist jetzt hier ein bisschen klein, ich sage es euch mal laut, es waren dieses Jahr 639 Trades, die wir abgeschlossen haben und der ein oder andere weiß es ja, es war kein einfaches Jahr im Aktienmarkt, denn ihr seht hier jetzt in dieser Grafik in der roten Linie die Entwicklung des SPX Index, also des S&P 500 seit Jahresbeginn, jetzt ist zwar theoretisch das Jahr noch nicht ganz abgeschlossen, wir nehmen das jetzt aber einfach mal an und wir stehen jetzt auf Jahressicht im S&P 500 bei minus 20 Prozent, also hier auf der linken Achse habt ihr immer die Performance-Skala und die rote Linie, die steht eben bei minus 20 Prozent. Was für uns eben auch als Optionshändler ein sehr, sehr wichtiges Kriterium ist und weswegen der Optionshandel 2022 alles andere als leicht war, ist die Volatilität, denn die Volatilität, die seht ihr hier in dieser gelben Linie und die Achse dazu ist auf der rechten Seite, also da ist der WIX-Index abgebildet, weil hier nehmen wir den absoluten Index, wie der sich entwickelt hat und wir sehen schon, also wir waren eigentlich dieses Jahr nie unter einem WIX von unter 20. Während 2021 noch geprägt war von sehr, sehr niedriger Volatilität, also wo wir öfters unter einem WIX von 20 waren, war das dieses Jahr die absolute Ausnahmeerscheinung, dass wir unter einem WIX von 20 sind. Das heißt, wir sind am Anfang, Ukraine-Krieg ging los, sind wir erstmal mit dem WIX nach oben geschossen, fast auf 40, im Hochpunkt war das sogar 40, dann wieder nach unten, nach oben, nach unten und dieses Hoch und Runter ist für uns Optionshändler, ich sag mal, anspruchsvoll, weil wenn wir zum Beispiel in niedriger Volatilität Optionen verkaufen, die Wohler steigt dann an, na dann bekommen natürlich unsere Optionsstrategien erstmal ein bisschen auf den Deckel. Und das sieht man auch schön, weil in der blauen Linie seht ihr die aufkumulierte Performance unserer Trades in diesem Jahr und am Anfang, wo die Volatilität ja hoch, runter, hoch, runter und starke Schwankungen hatte, da waren wir auch erstmal leicht unter Wasser. War jetzt kein riesen Drawdown, waren drei Prozent etwa, aber wir waren am Anfang erstmal ein bisschen unter Wasser und konnten uns dann Stück für Stück auch aus diesem Drawdown herausarbeiten und haben uns dann stetig nach oben gearbeitet und stehen jetzt aktuell bei genau 30 Prozent realisierter Performance in diesem Jahr. Wir machen das immer so, wir beziehen das immer auf ein Referenzdepot von 100.000 Dollar, darauf werden die Trades skaliert, also das ist quasi die Performance auf einen, gut, den Prozent ist es ja eh egal, aber nur für euch als Hintergrund, sodass dann jeder mit einem größeren Depot dann auch entsprechend die ganzen Trades für sich nach oben skalieren kann. Genau, deswegen, das war unser Ergebnis für das Jahr 2022 zum Mastermind. Und dann würde ich an dich, Alex, übergeben, weil Alex sagt euch noch etwas zu unserem Managed Account. Ja, also vom Managed Account, da handeln wir ja in unserer Vermögensverwaltung mit CapTrader, die Einkommensstrategien, das ist ja auch ein Großteil der Mastermind-Gruppe. In der Mastermind-Gruppe handeln wir ja noch andere Strategien, Aktienloggen, mal verschiedene andere Optionsstrategien. Deswegen ist ungefähr grob die Performance relativ die gleiche. Wir haben ja die Vermögensverwaltung seit Mai, glaube ich, gestartet, 2022. Und auch hier ist ja keine Überraschung, wir posten ja die Updates und die Performance regelmäßig, mindestens einmal pro Monat. Auch an Instagram verlinken wir euch auch nochmal, haben wir jetzt relativ neu nochmal in der Infobox. Mache ich auch immer mal wieder Stories, Q&A zu dem Managed Account. Da poste ich natürlich auch immer mal wieder die Performance. Also hier handeln wir die Einkommensstrategien und hier sind wir jetzt aktuell bei einer Performance um die 19% abgerundet nach Kosten. Kleiner Hinweis hier nochmal, die Kosten, wir haben eine Management-Fee von 2% pro Jahr. Die wird werktags abgezogen, immer halt mit Zinseszins, nicht mit Zinseszins, pro Jahr quasi der Zins ist 2% und dann immer auf täglicher Basis runtergerechnet, so rum auf den aktuellen Kontostand und von der Performance immer nach High-Water-Mark-Prinzip. Das heißt, nur neue Höchststände werden dann nochmal gebührenfällig von 20%. Beide Werte dann noch zuzüglich der Mehrwertsteuer. Und deswegen nach Kosten, wobei, kleiner Hinweis, im Januar wird dann für Q4, da ist ja immer Ende vom Quartal, beziehungsweise im neuen Quartal dann die letzte Performance, wie fällig wird. Immer pro Quartal, also im Januar, wird ja noch ein bisschen was abgezogen. Machen wir mal 17, 16% nach Kosten draus. Also hier sind wir auch absolut auf Ziel. Wir haben das sogar übertroffen, würde ich sagen. Also die ist sehr gut, auch der Drawdown ist auch immer relativ lustig eigentlich von minus 2% an einem Tag. Das war an dem Tag, 5.10. ist kein Zufall, sondern da wurde die Performance-Fee von Q3 abgezogen. Und da war relativ gut Q3, glaube ich, haben wir auf 10% rumgemacht, teilweise Monate mit 3-4% plus drin gehabt. Und deswegen wurde da die Performance-Fee abgezogen von 2%. Also hier sieht man auch, ja, stetig entwickelt sich die Kurve nach oben. Wir werden das Konto nicht verdoppeln, aber wenn wir Renditen von 15% pro Jahr erwirtschaften, nach Kosten, ist das absolut super für uns. Und da wollen wir auch hin, relativ unabhängig auch vom Aktienmarkt. Wie man jetzt auch erkennt, ob die jetzt Kurve hoch oder runter geht im S&P 500, läuft für uns eigentlich relativ unabhängig davon. Auch hier nochmal der Hinweis, ab 1.1. wird hier das Mindestinvestment erhöht auf 100.000 Euro. Und nochmal hier der Hinweis, weil da kriegen wir immer relativ viele Fragen, obwohl ich eigentlich immer denke, wir kommunizieren das richtig. Aber nochmal der Hinweis für all diejenigen, die vielleicht noch bis zum Jahresende investieren. Übrigens, da kommt es ja nicht darauf an, dass ihr jetzt bis 31.12. Geld eingezahlt habt. Da habe ich auch nochmal mit CapTrader Rücksprache gehalten. Wenn ihr in dem Kontoeröffnungsprozess seid, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, bis zum 31.12. noch 50.000. Wer schon investiert hat oder noch wird mit den 50.000, muss nicht erhöhen. Also es werden keine Kunden irgendwie nachschutzpflichtig, dass sie auf die 100.000 erhöhen müssen oder sowas. Das machen wir nicht. Wie gesagt, ab nächstem Jahre dann halt 100.000 Euro Mindestinvestment. Da auch nochmal ein kurzer Hinweis, kriegen wir auch auf die Frage. Das ist ganz einfach so, mit den 100.000 wird dann einfach die doppelte Size gehandelt. Also 50.000 eine Size, 100.000 zwei, 150.000 drei, 200.000 vier. Also immer mit 50.000 dann eine Kontrakt-Size mehr. Genau, das zu der Vermögensverwaltung. Also hier auch absolut auf Kurs. Performance tun wir natürlich immer veröffentlichen. Übrigens steht auch nicht auf der Website, weil wir es auch nicht machen dürfen. Erst nach einem Jahr dürfen wir da wirklich das dauerhaft auf die Website nehmen, die Performance. Sprich ab Mai können wir das dann sowieso auf der Website von CapTrader oder uns aufrufen. Aber wenn wir Fragen kriegen zu der Performance, tun wir natürlich dann auch immer darauf antworten. Und hier haben wir auch nochmal einen aktuellen Screenshot. Nochmal Hinweis vom 19.12. Ende 19.12. Ja, also sind wir auch sehr zufrieden. Wenn da jemand noch, wie gesagt, ein Konter öffnen möchte, posten wir auch nochmal den Link in die Infobox. Ansonsten, zusammenfassend, Mastermind of course, Managed Account of course. Also wir sind sehr zufrieden mit dem Jahr. Sieht zwar jetzt auch im Nachhinein einfach aus. Es war, wenn man sich drüber nachdenkt, aber doch gar nicht so einfach. Ja, weil halt auch der Aktienmarkt relativ rumgesprungen hat. Man musste sich wirklich teilweise auch an Regeln halten. Wir hatten auch eine lange, ich sage jetzt nicht Drawdown-Phase. So eine Seitwärtsphase sowohl im Mastermind als auch im Managed Account. Und da muss man es einfach durchziehen. Das sind die Einkommensstrategien. Aber wir reden hier einfach von kleinen Prozentwerten im Drawdown. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Es fühlt sich natürlich blöd an, nicht ein, zwei Monate handeln und kein Geld verdienen. Aber wenn so die Drawdown-Phase aussieht, sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden. Genau, das war unsere Performance zum Jahresende. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wie eure Performance so war. Das wird wahrscheinlich so diejenigen schreiben, die gut war. Aber ja, falls der eine oder andere auch eine Lehre hat oder einen Tipp für das Jahr, was er daraus gezogen hat, gerne in die Kommentare. Können alle von lernen. Ansonsten auch nicht nur von mir und Max, sondern auch von den anderen zwei, drei Personen, die im Hintergrund von Eich und Coaching haben. Wünschen wir euch alle schöne Weihnachten. Danke dafür, dass ihr so treu unsere Videos schaut. Das macht dann einfach viel, viel mehr Spaß, wenn man da schönes Feedback bekommt. Und es wird natürlich auch nächstes Jahr neue Videos von uns geben. Ja, deswegen bleibt gesund, schöne Feiertage und wie immer passt auf euer Geld auf. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.